Liebe Gemper, ich bin jetzt hier beim Caravansalon in Düsseldorf. Man sieht und hört immer wieder das Schlagwort Sicherheit. Es gibt viele Sicherheitssysteme. Fangen wir an beim Schlüssel, wo man die Tür abschliessen kann, damit man sich im Wohnmobil wohlfühlen kann oder wenn man es eben verlässt, dass man sicher ist, dass nichts geklaut wird. Es gibt noch andere Sicherheitssysteme, nennen wir die elektronischen, wie zum Beispiel EPS, ABS und so weiter. Und dann gibt es ja eine Zentrale, wo der ganze Stromkreis abgesichert ist. Aber eine Sicherheit, die ist ganz wichtig, die merken wir nicht, die tragen wir nicht mit, aber die greift im Ernstfall ein. Und das ist eine Versicherung. Und wenn es um Sicherheit geht, dann muss man zum Thomas Jahn. Er ist schon 30 Jahre in der Branche Versicherung. Thomas, erzähl mal, vor 30 Jahren hast du gestartet. Wie kommt man auf so eine Idee? Die Idee kam zu mir, nicht ich zur Idee, zur falschen Zeit, am falschen Ort. Und so ging es vor 30 Jahren im Kleinen los. Was sich daraus dann in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, war weder zu erahnen noch zu planen. Und heute gehören wir mit Sicherheit zu den führenden Anbietern von Versicherungen rund um Reisemobil und Wohnwagen. Und inzwischen besteht das Team natürlich aus deutlich mehr Personen, denn aus Thomas Jahn. Zwei habe ich dir mitgebracht, hier zu deiner Rechten. Bernadette, für was bist denn du zuständig? Ich bin in erster Linie im Büro, wenn ich nicht gerade hier die großen Messen, meinen Kollegen unterstütze. Hier vor Ort natürlich, um Versicherungen auszurechnen, um die Kunden zu beraten. Ob jetzt Bestandskunden oder Interessenten, die sich eben einfach informieren möchten. Und im Büro in erster Linie für die Angebotserstellung, Auftragsabwicklung, Anträge und dergleichen. Und der Daniel, der kann ein bisschen mehr erzählen, was ihr überhaupt im Angebot habt. Ja, Markus, wir machen zum einen Wohnmobilversicherungen, Wohnwagenversicherungen, Versicherungen für die sowohl fest installierten Teile am Fahrzeug, als auch die mobilen Geräte, Handys, Notebooks im Rahmen der Inhaltsversicherung. Wir versichern selbstverständlich auch die Fahrräder, die an so einem Fahrzeug dran sind. Und alles, was im Grunde mit Freizeit und Reisen auf vier Rädern oder mehr vielleicht auch weniger zu tun hat. Du bist schon die Halbzeit an der Messe hier in Düsseldorf. Welche Fragen tauchen immer wieder auf? Naja, zum einen, wir hören sehr häufig, das kann doch gar nicht sein, wenn es um die Prämie geht. Allerdings im positiven Sinne, denn wir halbieren gerne auch die Prämie, die marktüblich ist. Das kann passieren, das kommt einfach auf ein paar Aspekte an, an dem Fahrzeug. Wir bewerten hier nicht DPS oder EKW oder gewisse Standards, bestimmte Dinge, die bei Standardversicherern abgefragt werden. Als Spezialist setzen wir voraus, dass wir Daten bekommen, wie zum Beispiel den Listenneupreis, ob eine gewisse Sicherheit an so einem Fahrzeug vorhanden ist, wie ein GFK-Dach, das ist die Abkürzung für ein Glasfaserverstärktes Kunststoffdach. Das haben immer mehr Fahrzeuge. Oder bei den Kastenwegen die verstärkten Stahltraversen, diese Tapitzbleche, die man auch so kennt, die auf diesen Fahrzeugen eben zum Beispiel einen leichten Hagelschlag nicht direkt erkennen lassen und somit dieser nicht für eine Versicherung abzurechnen ist. Das alles bewerten wir und das fließt dann in eine Prämie ein. Und die Leute fragen eben danach, wie kann es sein, dass ihr solche Prämien anbieten könnt, wenn andere, die wesentlich größer sind als ihr als Versicherungsunternehmen, als Agentur. Es sind keine Unternehmen, aber eine Agentur, die sich darauf spezialisiert hat. Und das ist einer oder sind eine dieser Gründe. Jetzt Jahren und Partner, ist das regional oder national? Wir versichern bundesweit momentan Fahrzeuge, die deutsche Zulassung haben. Und natürlich vom hohen Norden bis runter in den Süden, von rechts nach links, alles mit dabei. Und wenn man etwas von euch will, was macht man dann? Man kann bestenfalls einfach mal hier ins Internet gehen oder direkt uns anrufen oder auch persönlich uns hier auf der Messe besuchen. Wir sind auch noch bis zum Sonntag auf dem Caravansalon. Und ansonsten bei allen regionalen und überregionalen Messen in Deutschland gerne auch vor Ort. Im Grunde wie eine direkte Betreuung durch den Versicherungsmakler oder den Agenten zu Hause. Also, liebe Wohnmobilisten, Camper, ihr wisst es, man muss sich versichern, damit man auch sich sicher fühlen kann. Und wenn es eben um Versicherung geht, dann ganz eindeutig zu Ja und Partner.